Und gerade jetzt kommt der Sandsturm, aber egal Ich hol den zweiten auch vom Turm Und die Wasche wollte ich hinbringen Aber da läuft nämlich keine Wache lang Na ja, schauen wir mal Lauf, lauf So da Das ist der zweite So, da möchte ich was von dir wissen Die Stromnetze kennen wir schon Das ist nicht allzu viel, mein Freund Achso, ich bin gerade genau auf der Grenze Zu dem Zu der Nebenoperation Und deswegen Quatschen wir das ständig rein So, dann werden wir da mal anfangen zu markieren Eins Zwei Drei Ich glaube da vorne Waren das letzte Mal vier Mann Bin mir wohl nicht mehr sicher Da haben wir wieder ein Poster Da haben wir wieder ein Poster die zwei sollten relativ zeitgleich umfallen haben wir hier nie wieder keine ressourcen noch nicht aufgefüllt nicke es ist okay jetzt nicht herumknurren und auch nicht bellen ok den haben wir da drüben auch perfekt erwischt die sind weit weg das sollte sich ausgehen hoffentlich wenn nicht habe ich jetzt einen alarm da muss ein bisschen ein risiko eingehen naja es wird bald hell nachschub abwurf sun will rise mostly select a drop point supplies requested dann gibt es einen schießwechsel und das bedeutet wieder neue gegner werden wir da rein krabbeln oder nee wir krabbeln nicht rein wir warten auf den abwurf so ihr seht ich bin wieder schwer angespannt ich habe schon ewig nicht mehr gezockt das was ich jetzt hochgeladen habe das war alles schon vorproduziert und ich hoffe das haut jetzt endlich hin mit den sound settings die ich gewählt habe jetzt fahre endlich um wo läuft der andere hin da rüber ist ok haben wir da hinten noch jemanden herumkriechen gut das flugradar ist immer noch zerstört gut trauma so 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 80 m weit genug entfernt das haben wir schon mal getestet sehr schön und hier sind die mörser stellungen ebenfalls nicht mehr und dann haben wir da die quittung eigentlich mitgenommen also die rechnung von der plattform auch da sind noch drei dazu gekommen raus aus der sonne hier meter ho cage u oder die аксим und dann knurl das und Das war's für heute. komm her mein freund jeder meter zählt hoffentlich beim ersten schuss oder auch nicht wie viel meter waren das 50 so kann man natürlich auch sein sein schuld dämpfer verlichten kommt sie erpusten KF, Dmitry 6! Hier passiert etwas von anderen. Was werden die Beobachtungen? Los geht's! Das ist KF. Beobachtung! 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 Sehr gut, das hat ja trotzdem noch geklappt. Nichts was man nicht mit genug Munition regeln könnte. Alles wird mitgenommen. Wir haben ja genug Ballons einstecken. Und das ist angeblich der Elite-Soldat. Fünfmal E und einmal Dora. Bravo! In was für einem Land bist du, Elite? Achso. Kann mich schon erinnern. Sight-Op completed. So, dann nehmen wir das Poster mit. Ja, sehr schön. Das haben wir ja ebenfalls schon mal ausgeräumt. Ist aber noch nichts nachgefüllt worden. Schade, schade. Kann man da hinten was liegen. Da war doch einmal was. Jetzt steigen wir gleich mal aus. Da ist wahrscheinlich auch nichts drin. Oh, vielleicht doch. Oder auch nicht. Bin ich blind? Ne. Hier ist nichts. Dann nochmal raus. Das glaube ich kann ich auch immer noch nicht mitnehmen. Ne. Null Prozent. Keine einzige Ressource ist hier. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Hättest du mir wenigstens einen Diamanten heilen können. Ich glaube das wird uns auch einer gelegen. Und da pfeift der Wind durch. Und auch hier liegt überhaupt nichts. Egal. Egal. Dann rufen wir mal den Chopper rein. Hubschrauber treffen. So, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Also ich weiß noch immer nicht wie man den nächsthöheren Chopper auswählt. Also wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ähm. Damit ist es aber nicht getan. Weil auch die Einsätze verteuern sich dadurch. Jetzt kostet mich ein Helikopter 1000 Euro nämlich. Also 1000 Euro sage ich. 1000 Credits. Und mit dem Update würde mich das dann 6000 kosten. Irgendwo kann ich da runter. Autsch. Ich glaube das hat weh getan. Der direkte Weg ist der kürzeste, mein Freund. Wie der Land schwebt, wie auf Sightseeing-Tour. Ich mache die Pumpe. Hier geht's! Yo! Na, werde fertig mit dem Ladebildschirm, solange kann ich das nicht dauern, fortsetzen. Sehr schön, dann gucken wir noch auf die Schneepauscher-Button in die Personalverwaltung und schauen, wann wir das hier nach Rekrutierung, wo ist das, ganz oben, sortieren lassen, ob wir einen Unruhestifter dabei haben. Oder einen, der die Einheit krank macht. Das schaut allerdings recht gut aus. Ja, das schaut, so viel habe ich ja jetzt nicht rausgeholt. Perfekt. Basenentwicklung. Wie wird das jetzt vorangeschritten? Nein, da können wir eigentlich schon die nächste in Auftrag geben. Machen wir das. Okay, heute ist ein leichtes Delay drin. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.